So hallo zusammen, das ist der erste Teil meiner Serie über die Konfiguration der Fritzbox, so wie ich die konfiguriert habe, aber ich möchte eigentlich auf alle Menüpunkte einzeln eingehen und auch mal erklären, was ich mir dabei gedacht habe, warum ich sie so oder so konfiguriert habe und welche Optionen es da gibt. So als Tutorial soll das also jetzt der erste Teil sein von verschiedenen Teilen und am Ende, bleibt dran, gibt es noch einen versteckten Menüpunkt, der ist nicht dokumentiert, der ist aber in der Fritzbox drin und der ist in jeder Fritzbox drin und da kann man eine ganze Menge noch mitmachen beim Konfigurieren und manchmal auch beim Fehlersuchen kann einem das eine Menge helfen. Und dann fangen wir gleich mal an bei der Hardware, wie ich meine Fritzbox aufgehängt habe, ich habe die nämlich, bei mir hängt die so und da ist schon mal die erste Besonderheit, also ich habe die Antennen von Fritz Tender dran gemacht, die haben tatsächlich was gebracht, was die WLAN-Reichweite angeht und wie ihr seht, gibt es hier keine Kabel. Das liegt daran, dass die Fritzbox bei mir in der Mitte vom Haus hängen sollte und da ist in einem Flur ist dieser Schacht hier, der ist so ein Rigips-Schacht und da habe ich dann ein Loch reingebohrt und die Fritzbox direkt vor das Loch gehängt, sodass die Kabel eigentlich völlig unsichtbar sind. Das ist eine sehr schöne Lösung. Interessant dabei ist zum Beispiel, dass die Fritzbox nicht so rumhängt wie gedacht. Die ist nämlich hier eigentlich, wenn man die über die Haken anbringt, die da vorgesehen sind, die steckt man ja rein und klingt die so ein, dann hängt sie auf dem Kopf. Also hier original würde die so aussehen, völlig bekloppt. Dann ist nicht nur der Fritzbox-Schriftzug falsch rum, sondern die Antennen gehen nach unten. Also da habe ich ja nun überhaupt kein Verständnis für, was das soll, aber so sind hinten die Befestigungsdinger. Und meine Idee war, ich schließe an die Fritzbox alle Kabel an, die da nur möglich sind. Also ich habe alle Ports belegt. Die gehen dann mit Netzwerkkabeln bis runter bei mir in den Keller auf den Switch. Es ist auch der ISDN-Port belegt und die zwei analogen Telefonanschlüsse. Das ist überhaupt der Hauptgrund, warum ich mich für die 7590 entschieden habe, weil die diesen ISDN- und Analog-Telefonanschluss noch hat. Die brauche ich nämlich dringend, weil ich noch eine alte Telefonanlage habe und da hätte ich die ganze Telefonanlage wegschmeißen müssen. Dass man die Fritzbox vom Hersteller aus andersrum aufhängen soll, das hat auch noch einen anderen Nachteil, weil, wie man hier schon sieht, hier oben sind ja die Lüftungsschlitze und warme Luft steigt nach oben. Das heißt, die Hitze vom Prozessor, hier unten sind so kleine Öffnungen, da wird die Luft reingelassen, steigt dann durch die Hitze nach oben und wird da oben wieder ausgelassen. Wenn man das andersrum macht, ist es theoretisch auch möglich, dass das gekühlt wird, aber wesentlich schlechter hat das funktioniert, weil die Fritzbox ist ja an der Stelle dicker als hier. Das heißt, die Luft wird da unten, staut sich da, wird da eingefangen. Also ich kann mir nur vorstellen, dass da echt ein Fehler passiert ist und ich eins der ersten Geräte habe, wo der Fehler noch nicht revidiert ist, weil es einfach schlechter so. Also ich habe die anfänglich andersrum aufgehängt, so wie es vorgesehen ist und da war die intern wesentlich wärmer. Also man kann ja die Prozessortemperatur abrufen und ja, der war halt einfach heißer, wenn man ihn andersrum aufgehängt hat. So war es besser. Ist ja auch irgendwie logisch, dass die Kühlrippen oben größer sein müssen als unten. Na gut. Ja und der Anschluss ist halt so gelöst, dass eigentlich alles erstmal in den Keller geführt wird und auf den Switch dort gelegt und ich eigentlich nie zur Fritzbox wirklich hin muss und da irgendwas umstecken. Das war auch die Idee dahinter. Also einmal installiert und dann mehr oder weniger vergessen und alles dann von woanders aus lösen. Das heißt, wenn ich da irgendwelche Ports ändern will oder wenn ich an andere Anschlüsse dran muss, dann gehe ich unten in den Keller und habe die anderen Enden von den Kabeln hier einfach in der Hand und kann die da anschließen, wie ich möchte. Und ich muss gar nicht mehr physisch an die Box, was ein Riesenvorteil ist, weil je weniger man daran rumfummelt, umso weniger geht er auch dann kaputt. Und die Kabel, die finden das ja auch nicht so gut, wenn man die da rein und raus macht und das ist ja alles so ein bisschen billig gebaut. Ja und ich habe auch das Anschlusskabel von der Fritzbox verlängert, sodass das Netzteil auch unten im Keller dann ist. Das ist nicht viel, das sind bei mir zwei, drei Meter. Das ist also direkt da drunter ist der Keller mit dem Serverschrank und da ist das nicht so schlimm, dass das da ein bisschen verlängert ist, das Kabel. Abgesehen davon ist dann alles an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung angeschlossen, sodass auch beim Stromausfall die Fritzbox nicht sofort platt ist, sondern da hat man immer noch einen Moment Zeit und das Telefon funktioniert vielleicht auch noch, je nachdem, ob das dann mit der Weiterleitung da, mit dem TSL dann noch funktioniert. Der Kasten am Straßenhand, der braucht ja dann auch Strom. Aber immerhin, sie ist gepuffert und das schützt ja auch vor Überspannungen und so weiter. Ja und ansonsten finde ich, sieht das sehr schnieke aus, wenn nichts zu sehen ist außer die Box und da kann man auch gut hingehen. Da sieht man auch gleich, was mit den Dioden los ist. Es gibt ja so Lösungen, dass die Fritzbox in den Stromverteiler geschraubt wird und so Dinge. Finde ich total bekloppt, weil dann hat man eine Fritzbox mit gutem WLAN-System und schraubt die unten in die Verteilung, wo nichts mit WLAN funktioniert. Und dann muss man dann wieder kompliziert irgendeinen Hotspot machen oder so. Also halte ich nichts von. Na gut. Ja, jetzt sind wir mal hier. Da geht es gleich hier oben los. Also hier ist ein versteckter Button. Immer wenn ihr in irgendeiner Konfiguration seid und auf dieses Fritz klickt, kommt ihr immer wieder ins Hauptmenü in die Übersicht. Man kann natürlich auf die Übersicht klicken, aber das haben die so gemacht, dass man auf jeden Fall da wieder zurückkommt. Gut. Dann gibt es hier MyFritz. Das ist auch sehr interessant. Das ist eine Übersichtsseite, wo die wichtigsten Funktionen von der Fritzbox schon mal zur Verfügung stehen. Also einmal hier die Smart Home Variante. Benutze ich jetzt nicht. Ich habe da mal so ein Szenario angelegt. Das ist ganz lustig, wenn man da so Steckdosen hat oder irgendwas. Das ist hier. Ich komme nach Hause. Da kann man dann verschiedene Szenarien anlegen. Wer sich damit beschäftigt, das über die Fritzbox zu machen, hier ist also die Übersicht dazu. Dann, sehr cool, die Konfiguration von LAN, also WLAN und Gast-WLAN. Kann man hier direkt ein- und ausschalten, WPS aktivieren und WPS fürs Gast-LAN aktivieren. Das ist sonst kompliziert. Da muss man sich irgendwo einloggen und hin und her. Und hier ist das alles gleich verfügbar. Außerdem sind sämtliche Anrufbeantworter und Wecker, die die Fritzbox ja integriert hat, hier direkt zu aktivieren und zu deaktivieren. Feine Sache. Dann hat man hier noch Zugang zum NAS. Das ist bei mir hier ein USB-Stick, den ich da in die Fritzbox angeschlossen habe. Und da kann man jetzt hier schon mal schnell einen Überblick haben. Das hat aber nichts mit dem richtigen NAS zu tun. Da komme ich jetzt gleich noch zu. Und auf der Seite hier drüben, das habe ich für euch ausgegraut, da sind die ganzen Anrufe. Die rein und raus gehen, damit man dann, wenn einer angerufen, da kann man direkt hier sehen, welche Nummer hatten wir gehabt, was war denn das? Ist sehr komfortabel. Und dann geht es hier weiter. Da kann man hier wieder zurückklicken zur Fritzbox. Da kommt man wieder aufs Menü zurück. Oder man geht hier zur Fritz NAS. Das ist eben der USB-Stick. Und der ist hier auch symbolisiert durch diesen kleinen USB-Symbol hier. Und das ist der lokale Speicher. Das ist ein bisschen lustig, weil lokal ist ja alles lokal hier. Also auch die Bilder, Dokumente, Fritz, Musik und Videos sind ja Dinge, die auf der Fritzbox an sich angelegt sind. Aber lokaler Speicher, das ist eben das, was auf dem Stick drauf ist. Da werde ich dann in der Folge, wo es um die NAS-Anbindung geht, auch nochmal konkret drauf eingehen, wie man das konfiguriert und wie man den formatiert und so weiter und so fort. Außerdem gehe ich da später dann noch drauf ein, also in der Folge, wo ich über den Speicher rede, wie man den Online-Speicher einrichtet. Das ist nämlich auch eine sehr coole Sache. Da kann man also einen externen Speicher, irgendeinen Cloud-Speicher in die Fritzbox integrieren und ankoppeln. Und der wird hier einfach als Unterordner angezeigt. In Wahrheit geht es aber hier direkt zur Cloud. Das heißt, wenn man zum Beispiel Geräte sichern will, die gar keine Cloud-Anbindung unterstützen, aber eine Freigabe unterstützen, also auf eine Freigabe, eine Netzwerkfreigabe sichern können, dann kann man die einfach hier in den Online-Speicher sichern lassen und dann wird das in Wahrheit in die Cloud gesichert. Na gut, dann geht es jetzt wieder zurück zur Fritzbox. So, jetzt kommen wir zu diesem unteren Teil hier. Da ist wieder was weggegangen. Ich habe versucht, euch möglichst viele Fehler hier anzeigen zu lassen, damit ihr das mal alles hier seht. Normalerweise ist hier eigentlich immer nur hier oben diese zwei Zeilen. Da kann man nämlich sagen, welche Fritzbox-Version man im Moment hat und ob die Version aktuell ist, steht dann. Und ob man Fritzbox-Produkte hier prüfen lassen will auf Updates. Und was hier dauernd dazukommt und weggeht, ist Mesh aktivieren für Fritz-Produkt. Da habe ich ein bisschen was gebastelt, damit ein Gerät aus dem Mesh ausgeflogen ist. Das scheint aber nicht so gut zu funktionieren. Versucht sich ständig wieder neu zu connecten, sodass es dauernd kommt und geht. Aber was ich damit zeigen wollte, ist eigentlich gezeigt. Hier wird immer angezeigt, wenn er irgendwas sieht, worauf man seine Aufmerksamkeit lenken muss. Also in dem Fall hier, dass ein Produkt, ein Repeater, in dem Fall nicht im Mesh ist. Wenn man da draufklickt, kommt man dann direkt in die Mesh-Einstellungen, kann sich darum kümmern. Und hier Ausrufezeichen, nicht empfohlene Einstellungen. Weitere Informationen. Ja, was verbirgt sich darunter? Also in meinem Fall ist es so, man kann ja bei der Fritz für wichtige Einstellungen eine Zusatz-Authentifizierung einschalten, dass man an der Fritz-Box auf den Knopf drücken muss, damit das authentifiziert wird, was man da geändert hat. Oder man kann einen Code im Telefon eingeben, wenn das Telefon direkt an die Fritz-Box verbunden ist. Diese zwei Optionen nutze ich nicht, weil ich hier was konfigurieren will und nicht unten runterlaufen will und da auf den Knopf drücken. Diese zusätzliche Sicherheit brauche ich nicht, möchte ich gar nicht haben, weil ich habe bei mir im Haus keine Fremden, die da rumlaufen und irgendwas konfigurieren würden. Insofern ist diese Zusatz-Sicherheit aus meiner Sicht nicht notwendig. Das ist so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, die man nicht unbedingt braucht, denke ich. Wer die Fritz-Box sowieso direkt am Schreibtisch stehen hat und nur einmal sich umdrehen muss und da draufklicken, da ist das natürlich kein Problem. Aber ich muss jedes Mal hier drei Treppen laufen und wenn ich was Wichtiges ändere und da habe ich einfach keine Lust zu. Das ist eben so. Natürlich, wenn man von außen gehackt wird, dann ist das eine Sache, wo dieser Zusatz-Knopf echt wichtig wäre. Aber mein Gott, das Risiko gehe ich ein, damit ich es etwas convenient habe. Ist eben so. Ja, das ist das, was hier immer angezeigt wird. Und hier unten, das ist für euch nur eine Information. Das meiste muss ich hier ausgrauen oder unscharf machen, weil ich nicht möchte, dass ihr alle meine Telefonnummern und meine Nummern hier seht oder wie das alles heißt. Vom Prinzip her wird da eben angezeigt, was aktiv ist, welche Anrufe. Ich habe jetzt ein bisschen runtergescrollt von der Übersicht, da gibt es die sogenannte Komfortfunktion. Das ist auch sehr interessant. Da wird einfach mal zusammengefasst, was alles aktiv ist. Also so wie es hier steht, Telefonbuch, Anrufbeantworter, WLAN, LAN und so weiter und so fort. Das Schöne hierbei ist, man kann mit einem Klick hier direkt hin navigieren. Also wenn ich zum Telefonbuch will, klicke ich hier einfach drauf und bin beim Telefonbuch. Oder zum Anrufbeantworter oder eben Gast, WLAN, Portfreigabe. Alles direkt mit einem Klick erreichbar, was sonst immer hier irgendwie im Menü versteckt ist. Okay, bevor wir jetzt zum geheimen Menü kommen, noch eine Sache. Hier gibt es noch einen Punkt, abgesehen von der Modellbezeichnung, die man da oben nochmal sehen kann, ist hier der aktuelle Energieverbrauch. Da sollte man ab und zu schon mal drauf gucken. Ich halte das für sehr wichtig, dass man immer mal guckt, ob die Box an ihrer Leistungsgrenze arbeitet. Und der Energieverbrauch ist da ein guter Hinweis. Wenn man da drauf klickt, kommt man direkt auf das Energieverbrauchsmenü. Und da sieht man dann also, wie der Energieverbrauch sich aktuell und in den letzten 24 Stunden aufgeteilt oder ergeben hat. Und das ist schon mal ganz ordentlich, wie das bei mir eingestellt ist. Also das Gesamtsystem hat nur 28 Prozent Gebrauch. Das heißt, es ist viel Luft nach oben. Der Hauptprozessor läuft auch nur bei zwei Drittel Last. Bisschen mehr, 69 oder 67 Prozent. Also der ist nicht überlastet. Den kann man relativ schnell überlasten, wenn man da irgendwelche Sachen mit VPN macht über die Fritzbox. Das muss nämlich dann der Prozessor machen. Und wenn man die Funktion Ingress Sharping aktiviert, das wird in einigen Foren und YouTube-Videos empfohlen für Leute, die also Gaming machen mit der Box und die Lastverteilung im eigenen Heimnetz etwas anders gestalten wollen, da kann man das aktivieren. Das wird da empfohlen. Das hat aber den Nachteil, dass das nicht über die Hardwarebeschleunigung läuft, sondern dass der Prozessor das per Software machen muss. Und das belastet den schon sehr. Da muss man immer aufpassen, ob man da nicht quasi was Gutes vorhat, aber was Schlechtes bei rauskommt. Weil wenn der Prozessor sowieso am Ende seiner Leistungskraft liegt, wird das ganze System auf keinen Fall schneller, wenn man diese Funktion aktiviert. Ich werde dann in einem der nächsten Videos nochmal darauf eingehen, wie man die Fritzbox maximal ausstattet oder konfiguriert, dass sie möglichst schnell arbeitet, wenn man also Gaming machen will. Ja, und dann hier WLAN ist auch in Ordnung. Das sollte also nicht immer beim Anschlag sein. Das ist einfach, wie man da die WLAN-Funkstärke da eingestellt hat. Das ist alles in Ordnung. DSL ist bei mir immer 100%, weil da kann man nichts sparen. Der redet natürlich mit der Vermittlungsstelle da irgendwo. Wo man ein bisschen sparen kann, ist einmal bei den LAN-Anschlüssen. Da habe ich immer nur die aktiviert, die auch wirklich benutzt werden. LAN 2 und 3 ist zwar angeschlossen, aber da geht es darum, die benutze ich also nur bei VPN-Connection oder Fritz-to-Fritz. Und im Moment benutze ich die eben nicht. Das heißt, im Switch sind die nicht dran. Und das WAN-Port ist mein fünfter LAN-Port. Den kann man so konfigurieren, dass man fünf Ports hat. Habe ich aber nicht gemacht. Und insofern spart das auch ein bisschen Energie. Ja, soweit, so gut. Da komme ich dann nochmal später dazu, wenn wir bei dem Systemreiter das dann besprechen. Alles klar. Dann wieder zurück. Also immer darauf gucken. Energieverbrauch ist im guten Bereich, im grünen Bereich. Und da ist also alles in Ordnung. Und zum Schluss, wie versprochen, das versteckte geheime Menü. Das ist relativ einfach zu finden. Hier oben seht ihr ja in der Adressleiste, das ist IP-Adresse eurer Fritzbox. Und dann Hashtag Overview. Und das Overview, das machen wir jetzt weg. Und dann machen wir CAP für Capture. Und da kommen wir in ein Menü, da geht es um die Paketmitschnitte. Und das ist jetzt sehr aufwendig, was man hier alles machen kann. Ich werde da jetzt gar nicht drauf eingehen. Sondern da mache ich vielleicht mal ein extra Video, wenn das wirklich einer haben will. Das geht auch schon ein bisschen tiefer in die Netzwerkanalyse rein, die man da machen kann. Also vom Prinzip her kann man hier Start, Stop drücken. Und dann werden auf dem Kanal oder auf der Schnittstelle die Daten mitgeschnitten. Und in ein Format abgelegt, in eine Datei, die man dann später mit Wireshark editieren oder auswerten kann. Und das ist eine ganze Menge, was hier geht. Also es sind hier viele, viele Schnittstellen, auch interne Schnittstellen, die hier alle zu mitschneiden sind. Das ist eine tolle Sache. Das ist vor allem dann wichtig, wenn man den Verdacht hat, dass man irgendwie Netzwerkkommunikation hat, die nicht erlaubt wurde. Oder dass man sehr viele Daten hat und gar nicht weiß, wer da jetzt so viele Daten abgerufen hat. Und ich hatte zum Beispiel einmal das Problem, dass ich extrem viele Daten gesendet habe. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie das sein kann. Also ich gucke ja Netflix und YouTube und so. Und da ist normalerweise die Menge an Daten, die ich runterlade, viel größer als die, die ich ins Netz reinsende. Und trotzdem war das eine sehr große Datenmenge. Später hat sich herausgestellt, dass da einer der Windows-Rechner hat ein Backup auf ein Cloud-Laufwerk gemacht. Das war irgendwie noch eingerichtet. Und da hat er dann nächtelang da Daten hochgeschoben. Und so kam das zustande. Und das hätte ich ja nie im Leben gefunden, weil er das ja im Hintergrund macht. Da kann man sich bei dem Rechner einloggen und da gucken, da sieht man ja nichts. Wenn ich da nicht hier die Netzwerkkommunikation mal mitgeloggt hätte und festgestellt, ah, das ist der Laptop, der ja, das war ein Geschäftslaptop und den habe ich nicht selber konfiguriert. Und da kommt sowas mal vor. Also sehr interessant. Ja, so, jetzt können wir hier wieder zurück. Alles gut. So Leute, das war es von dem ersten Teil der Serie. Wenn euch das gefallen hat und wenn ihr die Idee gut findet, dann gebt mir doch mal einen Daumen nach oben. Dann weiß ich Bescheid, dass das eine gute Sache ist und da weiterlaufen soll. Und wenn es euch nicht so gut gefallen hat, dann lasst den Daumen weg. Dann merke ich das schon. Oder schreibt es in die Kommentare, was ihr lieber haben würdet. Als nächstes kommt in der Serie der zweite Teil. Aber ich habe auch noch ein anderes Video in Peddo. Da geht es darum, wie man eine alte Fritzbox als Repeater verwenden kann. Die haben ja viele noch rumstehen oder haben von ihrem Provider eine bekommen. Und da dachte ich, das ist bestimmt interessant, wie man das macht. Da wird es nochmal einen kleinen Special geben. Also dann, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr da bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ciao.